So, uns gehört die Plattform oben links, die blaue hier. Wir sind Peach. Wir müssen den Ball immer auf die leuchtenden Felder rollen. Und der Ball sollte möglichst nicht runterfallen. Oh mein Gott. Man kriegt nämlich mehr Punkte, wenn der Ball nicht runterfällt. Kriegen wir immer 5 pro Feld. Und wenn er runterfällt, starten wir wieder bei 1 Punkt. Aber das sieht jetzt ganz gut aus. Ja, der Ball ist auch lang nicht mehr runtergefallen. Oh mein Gott. Hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Jetzt bin ich letzter.